So, hallo und willkommen zu anderen neuen Rundes. Wir laufen jetzt... Oh, guck mal, da hinten. Wir können einfach fast geradeaus rennen. Ja, du musst aber hinter dir, ne, oder nicht? Äh, nee, ja, 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 da dann. Ich glaube, ich liest in die falsche Richtung. Nee, nee, du guckst in die richtige Richtung. Wir scheißen nämlich dir heute mal auf die Mitte. Ach ja, es gibt keinen Fallschaden, ne? Wo bleibst du denn hin? So, gucken, wie weit wir kommen. Am besten erstmal so ein bisschen Abstand gewinnen. Du bist hinter mir, ne? Ich seh dich, ja. Gut, gut. Ich fand letztes Mal das eine Video so toll, wo sie dann gezeigt haben, praktisch gesehen, ähm, hey, ich hab einen Level ab, ne? Sitz da oben und levelt erstmal und wird erschossen. So toll, Video, weißt du? Ja, okay, das kann dir hier natürlich ganz viel passieren, das ist mir auch schon passiert. Dann hast du auf einmal einen Pfeil im Kopf und solche Witze. Das ist... Ich hab gerade keine Ausdauer mehr. Pass auf, rechts sind viele Default-Fursoros von dir. Ja, ich sehe sie, die Dilos da, vielleicht ein bisschen Abstand. Mist, mir fehlt ein Stein für eine Spitzhacke. Achtung, vor dir ist ein Dilo. Boah, hier verrecken schon wieder die ersten... Oh, da ist ein Stein. Irgendwie hab ich dich gerade aus den Augen verloren. Bei mir hackt das hier gerade voll. Ich war doch gerade noch neben dir. Bin immer noch da, wo du solltest. Achtung, Dilo. Ja, genau. Da bist du. Ja, da bist du. Da. So, hab ich schon eine Rüstung. Gucken wir mal. Ich kann hier nichts lernen, warum nicht? Äh, du musst erst skillen, ne? Ja. Ich kann hier weiter mit Dichtbunkte vergehen. So. Achso, und was noch anders ist, ähm, du kannst maximal nur, äh, drei Speere übereinanderlegen. Also Speere kannst du nur bis drei stacken, nicht mehr. Nur für den Fall, dass du dich wunderst. So. Achtung, Gegner! Boah, komm aus dem Inventar raus. Ich hab noch kein Speer, nichts. Was machst du denn so lange? Ja, das hakt hier voll bei mir. Boah, ich hab die beinahe nicht gesehen. Nee, hätten die nicht gelabert, hätte ich auf die gar nicht geachtet. Die haben, die haben selber noch gar nicht gesehen. Ach, sch**, hättest du jetzt. Wart mal, komm mal her, komm mal her. Komm zu mir. Wo denn? Achtung, der Flophosaurus greift mich an. Oh, f**k, mich auch. Nein, nicht nur einer. Okay, die sind weg. Ach, sch**, ich muss auf der anderen Seite von meinem Felsen. Äh, hier. Hier. Komm, bleib stehen. Ich geb dir meine Speere. Ich mach mir fix neue. Hast du eingesammelt? Ja, hab ich, glaub ich. Aber warum hab ich hier nichts, diese 1, 2, 3 und so alles? Wie, hast du doch auch? Das ist voll am Haken ohne Scheiß. Ohne, bitte, 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 bitte. Die ganzen Grafikeinstellungen hier sind anders als bei mir, sonst. Also, eigentlich sollten sie das nicht sein. Hier, ich hab dir meine Rüstung hingeworfen. Eigentlich sollten das genau die gleichen Einstellungen sein. Auch die Tastaturbelegung und alles, das sollte, sollte er eigentlich ganz normal übernommen haben. So, hier kommt noch ne Hose. Da. Zick. Ich, denn hier alles rum? Da hätt ich noch ne Hose hinter dir. Ich glaub, die anderen sind weg. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. So, dann lass mal weiter runter zum Wasser. Ich hab einen erwischt, ich hab einen erwischt, ich hab einen erwischt. Direkt vor meiner Nase wurde ein anderer Spieler getötet. Die Beeren nehmen wir mal mit. Das Fleisch. Die Beeren, sonst noch hatte ich ja nix spannendes. Oh, ach so, was ist dabei? Jetzt bist du. Ah, hier ist das meinte Inventory. Wo hatte der viele Speere? Das Leder kann man mal mitnehmen. Die Nacko Berries. Und sonst hatte der auch nix spannendes. So, wow. Äh. Ich werde angegriffen. Da lag noch einer. Hier, ne, direkt hinter dir. Der lag da. Den hab ich gar nicht gesehen. Den hab ich erst gar nicht gesehen. Ich sagte grad nur, dass ich angegriffen wurde. Das hab ich so mehr oder weniger mitgekriegt. Mehr hab ich auch nicht mitgekriegt. Hast du Schaden genommen, oder? Nö. Ah. Dann, ja. Hier liegen noch voll die Kisten rum. Guck mal hier. Boah, hier sind voll viele getötet worden. Irgendwie höre ich gerade die ganze Zeit. Achtung. Dino. Ah, okay. Ich höre ein T-Rex. Ich nehme mal hier die ganzen Nacko Babys mit. Die könnten uns von... Die könnten... von Vorteil sein. Boah, T-Rex ist echt von einer Nase. Komm hoch, Alter. Komm hoch, lauf, lauf. Alter, ich will. Mach keinen Scheiß. Frag mir hier nicht. Komm hoch. Walk, 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 walk. Das war's. Ich sag doch, ich höre an T-Rex. Alter, was liegen denn hier überall Leute rum? Ja. Stop, please. Stop, stop. Lebst du noch? Fuck. Ja, ich leb doch. Geil, der Typ, ey. Der wird jetzt vom T-Rex verfolgt. Vor allen Dingen. Das ist ja das krasse gerade, ne? Der T-Rex hat zwei Leute gekillt. Mich und noch einen anderen. Weißt du, ich dreh mich hoch und seh überall Leute auf dem Boden rumliegen. Alter, was geht hier ab? Alter, das wird echt... War das die Stelle, wo hier alle gestorben sind? Ich denke da, der T-Rex könnte dann auch in der Ecke sein. Ne, ne, der ist jemand anderem gerade gefolgt. Irgend so ein anderes Kitty, der schrie nur so, no, no, stop, stop. Ja, ja, klar. Ist richtig, Junge. Lieber T-Rex, lieber T-Rex. Nicht, nein, nein, nein. Ne, das hat er zu mir, das hat er mir entgegen geschrien. Weil ich den abstechen wollte. Boah, das gab richtig geil XP, ey. Die ganzen Typen zu töten. Der Rex war Level 25, ne? Oh, nice. Boah, fuck. Boah, das ist bloß... Ich sagte ja, er ist noch da. Ne, das war ein Mammutsch, das hier gerade vor dem Himmel gefallen ist. Und wenn du Pech hast, fällt dir genau einer auf den Kopf. Dann bist du tot. Mir fällt Flint eigentlich. Ach, schade, dass du jetzt gestorben bist, ey. Das lief gerade so gut. Ja. Ich hab dir vorhin vornherein gesagt, ey. Ich wette mit dir, dass ich jetzt als erstes irgendwie gekillt werde vom T-Rex oder vom Raptor. Ja, ja, ja. Ich hatte recht. Das ist richtig. Alter, Schüttel, wo der ja herkam, ey. Folgen, ich sag noch, ich höre hier einen T-Rex in der Ecke. Aber nein, wir müssen ja unbedingt da bleiben und die Leichen looten. Ja, ey, das waren voll viele Nacko-Barries. Die die Leute dabei hatten. Das hat sich voll gelohnt. Aber dass hier auch so viele rumlagen hat mich irritiert. Die haben sich gar nicht gewehrt oder so. Die lagen einfach nur in der Ecke rum. Und nachdem, wo du hoffentlich sieht mich keiner. Das hat mich voll irritiert. Was ich cool fand, es wurden direkt zwei gekillt, als der T-Rex mich gebissen hat. Ehrlich? Das heißt, da lacht direkt noch einer neben mir, wo ich gerade hergerammt bin. Hahaha, geil. Also, ich höre den T-Rex immer noch rumbrennen. Ist das normal? Wenn du nicht aus dem Spiel gegangen bist, dann liegst du da so gesehen ja immer noch. Also, tot halt, ne? 59 Player verbleiben bisher. Ja. Was natürlich den Vorteil, dass du jetzt die Liste einsehen kannst, wäre... Gut, die kann ich auch einsehen, aber da muss ich da jedes Mal hart drücken. Wer da noch am Leben ist und so. Und wieder einer tot. Oh, das hab ich aus dem Szenen vielleicht weggebrochen. Also, die 5er Tribes leben total gut momentan. Die haben alle noch komplett voll. Naja, mit denen wird sich ja auch keiner anlegen, ne? Ja, aber könnt ja irgendwie jetzt zum Beispiel so wie bei uns ein T-Rex vorbeikommen, ne? Ja, das ist richtig gut. Was liegt hier denn? Noch ne Tasche von noch nem Toten. Ey, hier liegen überall Taschen rum. Ich glaub das ja nicht. Alter Schwede. Nur noch 26 Tribes, 54 Leute. Das ist gerade wieder ein ganzer Tribe ausgelöscht worden. Und hier geht richtig die Party abgerade. Damit wollte ich ja eigentlich auf die andere Seite rüber. Boah, ich bin noch nicht mal... Es gibt vier große Tribes, also das andere sind Tribes aus ein, zwei Leuten nur. Naja, aber... Hauptsächlich eine Person nur noch. Das heißt, um gegen die vier großen zu kämpfen zu können, bräuchte ich eigentlich einen Raketenwerfer, ey. Oder... Die erste Person aus einem großen Tribe ist gerade gestorben. Oder eine We-File, um die aus der Entfernung wegballern zu können. Das wär auch ne geile Idee. So, erst mal Pfeile herstellen. Woah, fuck! Fuck! Da komm ich aus dem Wa... Da komm ich hier gerade aus dem Wald. Ey, da laufen da drei Spieler am Fluss lang, glaub ich's denn. Ist richtig. Ist richtig. Oh, fuck ey. Jetzt versteck ich mich erstmal. Drei Spieler. Ja. Gibt keine Dreiergruppe. Also sei vor... Doch, es gibt eine Dreiergruppe. Feel Batman. Ich hab keine Ahnung, wer das war. Ich hab mich nur gleich wieder verpisst im Wald, ey. Ja, es gibt eine einzige Dreiergruppe. Ich wollte die jetzt auch nicht fragen, wer sie sind. Also... Ich muss hingehen. Hello, can you help me? Der wird gerade eine Vierergruppe auseinandergenommen. Zwei Lösche sind da vorne gerade gestorben. Oh, cool. Mal gucken, wenn ich ein bisschen aus dem Wald rausgehe. Vielleicht kann ich die ja von hier oben sehen. Die Vierergruppe besteht nur noch aus einer einzigen Person. Oh, krass, wie schnell das manchmal geht. Die Vierergruppe wurde gerade aufgelöst. Boah. Ja, wenn so ein Rex auf einmal auf so eine Fünfer-Truppe trifft, ne? Ist auch die Arschkarte. Na, wenn du nicht... Das willst du am Anfang so mit einem Rex machen. Oh, das geht. Den kannst du schon schnell legen. Aber wenn der dich überrascht von hinten oder wenn du halt... Wenn der aus dem Gebüsch kommt, dann kann das natürlich... So wie bei uns gerade. Naja, dann kann das böse enden. Aber es war eigentlich nicht überrascht, weil ich sagte vorher, da ist ein Rex. Ich habe gehört, wie die Bäume umgekippt sind und man hat das Brüllen von ihnen gehört und das Stampfen. Das Schnauben und das Stampfen. Ja, so vom Wegen. Guck mal, ich stehe hinter dir. Aber wir mussten ja unbedingt noch weiter die Taschen looten. Ja, sicher. Das war wichtig. Die hätten ja irgendwas Geiles dabei haben können. Scheiße, Piranhas. Weg, weg, weg. Fuck, da drüben sind die Spieler. Jetzt sehe ich sie wieder. 21 Tribes, 46 Leute. Oh fuck, hier sind sie zu zweit, ey. Die 3er-Gruppe existiert noch. Davon ist keiner gestorben. Also gibt es eine, zwei, drei, drei 5er-Gruppen noch. Ich kämpfe hier gerade gegen eine 2er-Gruppe. Meine Aiming-Skills sind mal wieder gerade so geil. Ja, meine Aiming-Skills sind gerade wieder hier richtig geil. Wow. Yo, komm. Fuck. Oh, bei dem Bughead-Explorer wurde ich getötet. Ich glaube, die haben auch einige auseinandergenommen. Shit. Na gut. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Weil du also auch fit bist. Tschö.